hallo und herzlich willkommen zur vierten folge bei ebikebrows ich bin frank enrico ist nicht da das liegt aber nicht daran dass ich zeit hatte sondern dass es nur am regnen war dieses wochenende da haben wir uns gedacht das wären keine schönen videos also lassen wir das weg stattdessen zeigen wir euch eine tour vom 8.10.2020 von stuhr nach achim stadtwald und zurück das waren 80 kilometer da haben wir noch nicht gefilmt aber ein paar bilder gemacht deshalb alles wie gehabt bloß keine filme dabei wenn euch das video gefallen hat gibt ihnen einen daumen hoch unten rein schreiben was sie nicht gefällt oder gefällt abonnieren kommentieren nämlich das ist unser lohn und los geht's so fangen wir an die tour ging von stuhr nach achim bis dahin noch alles in ordnung im achimer wald bräuchte man denn doch ein etwas geländetauglicheres fahrrad also so wie dieses hier übrigens war es meine erste tour mit diesem fahrrad ja und da haben wir uns gleich ins gelände gewagt wer früh aufsteht der kann auch mal so einen schönen sonnenaufgang wie hier sehen momen 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 Und schon sind wir im Achima Stadtwald und was fällt uns als erstes auf? Der Dirt Park. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt noch was und zwar den Naturerlebnispfad von NABU. Solltet ihr euch auch unbedingt angucken. Gibt es auch schöne Sachen. Hier ist immer so ein Flyer, wo du schon alles erklären kannst im Internet sehen. Kommt auch in der Videobeschreibung wieder rein. Und wenn wir uns die Videos fehlen, kommen wir auch schon wieder zu Ende. Gewissen noch die letzten paar Bilder, die ihr hier sehen könnt. Ich hoffe euch hat auch dieses Video gefallen. Und wir sehen uns in der Folge 5 wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.